Ha ha ha! Quatsch! Mann! Das ist die Schütze im Rand! Die Schütze hab ich ganz gegessen! Oh, äh, ja, wir schneiden dann heute einfach mal! Ich hab dann noch gezeigt, ja, alles! Ich moge immer so ewig! Nicht nachdenken, oder wie? Das ist ja wie in Heroes 5! Das ist eigentlich... Hab ich mir vergessen, was Ballo ist? Ich hab dann keinen kleinen Fantasy mehr gespielt. Das ist ja langweilig! Das spiel ich ja lieber auf Final Fantasy... ...Win... 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 Ich schaue mal auf den einen und was mit der? Ja, äh, ich schaue mal auf den da! Wie sieht's so aus? Das kann man draufklappen! Äh, wie geht das? Wird er zu mir? Ich glaub, das ist mein Schützer, oder? Ja, das ist der Kerl da unten! Das ist der Kerl da unten! Hallo! Und wir sind nach dem Mütchen im Kampf! Äh, warm! Epischer Kampf mit epischer Verspocksam Musik! Und, äh, ja, so was! Wo war's? Du wirst... ...warn... ...schonen! ...kämpfen! Auf ihn! Auf dena! Auf dena! Auf dena! Okay! Äh, weil ich grade die Tastatursteuerung vergessen hab, spiel ich größtenteils mit Maus! Also, wundert euch nicht! Ich spiel diesen Kerl noch! Mann, mann, mann! Du kannst ja warten darauf, dass er irgendwo eingreift! Wie ist das Leben? Naja, wenn er wieder eine Reihe entwissen, wissen wir... ...Black Magic, oder... ...Wettet er jetzt wieder Eis ein, nachdem er so... ...10 Jahre überlebt hat, oder so! Oh! Oh, ey! Das ist voll voll! Was trifft denn... Ne, der trifft denn... ...neiner? Eins, zwei, drei, ja! Es ist nur meine! Ich steh' die auch immer so nett! Beziehungsweise Sit hat das so netter hingestellt! Jetzt kommt meiner! Ich glaub, Troja hat eben zwei... ...Zwei... ...Zwei... ...Kraffer bekommen! Echt? Hm! Ach, der ist... ...Pau, ne? So... ...Tot aus! ...Hierin! ...Wir werden es all? No! Nein! Nur sollst da hoch! Egal, um 27! Das ist jetzt ein Erk звуч. Ja, theoretisch! Richtig! Oder ja! Nicht nurlevel! Ein Zähnlp! Außer Kassion! Außer irgendwelche Seili! Ich glaub nicht, dass er Großheim ist irgendwie... ...Mit die Sahen! Du sollst! Nein! Nur da hoch! Sei gar! Nein! Nein! Hyuh! Ich glaub's nicht! M fruit! Juhu! Und Platte erhalten. Okay, danke! Wait. Nein, nein! Da ist auch noch, da liegt noch. Jaa, er lebt noch! Da, hin. Oh, es hat eine better Tastatur! Mann, scheißes Maus. Kämpfig. Gegen den da. Ja. Mann. Meme versus Maus. Maus hat gewonnen. Was kriegen wir jetzt? Ein Raido-Sink. Äh, ja. Kann nur philosophieren, was es ist. Und jetzt gerade Verschützner, natürlich. Nachdem sie wieder 10 Jahre überlebt hat. Wird jetzt auch dieses Feld? Oder auch ein anderes? Wir werden es nie erfahren. Oh mein Gott, 12 Punkte Schaden. Oh mein Gott, jetzt werden wir alle sterben. Denn jetzt kann ich mich wieder heilen. Aktionen. Wolfsmaggie. Sprint. Nein. Das ist ein weites Feld. Das ist ein weites Feld. Und... Ne. Ich hab mir gerade... Will dieser Liedschung schwer oder leicht sein? Wenn ich gerade nicht so dumm gewesen wäre, um zu schwarz mal hier? Alice. Wunderbar. Oder? Wie sieht sie zu meinem Alice an? Mir fällt zusammen ein, ähm... ...es Spiel. Ja. Oh. Du hast noch Blutze. Ja. Ich kaufe an mir zusammen. Wir haben noch 10 Minuten. Ja. Ja. Ich kann dich nur um Spungen halten. Ja. Ey, du hast schon ganz 10. Und ich mache Flang und schreibe 5 Punkte Schaden. Hihihi. Hätte ja auch ein Kritiker-Wild werden können. Ey. Ich kann die wieder mal. Los, Toria. Auf ihn mit Final Wolf. Aktion. Kämpfen. Oh, den Plan. Jetzt 5 Punkte Schaden. Oh. Was? Was? Ich erwarte nur um Gegenweg. Ich habe zu lange hier wo es schon gespielt. Oh, jetzt stehen die Auditoren, ne? Ah, was du kannst. Das kann ich schon lange. Zumal wenn ich die Steuerung aufbauen kann. Oh, weil es noch nicht erwarten kann. Boah. So, Regan. Ja. europfen. Hupp... Ekos took. Hup wieiej November. Eiekokk Εkos took dir hier Ellen Ellenudeimmelhausen dann. Kein Problem. Kann der nicht schischen, wie premium. Ey, da drauf. Da... Was sind da oben stehen? So müh... Ich fracture mal die BoiFoi. Da kann man auch mal stehen. Ich weiß mir, ob ich ein schwarzes Magier plötzlich erstmal... ...komme ich in der nächsten Runde nah genug ran oder so. Und jetzt, SIT! Zeig ihm, was du kannst! SIT! 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 Ich will jetzt einen Kumpel, wo ich das dann mit dir tun muss. Das ist wie Bodycheck bei Pokémon, nehmen die auch mal schon an. So ein Rückstoß oder so. SIT! Jetzt Bodycheck ein! SIT! Wird vom Rückstoß getroffen! Da gibt's aber andere andere als ich! Unglaublich! Jetzt stehen meine wieder so toll! Wir können jetzt wieder in die Mitte machen. Das sind mein schwarzes Magier, mein Toya, aber wo geht der hin? Ich hab Angst! Und deswegen greife ich da an, damit ich nur 2 von 3 treffe! Ach nee, der steht glaub ich nicht weiter weg. Hier um 20. Und der eine hat wie viel gerade? 23. Der andere hat nicht zugemacht. Ja, wir gehen wieder hoch. Warten. Ach, jetzt hab ich warten, wäre doch egal. Ich klinge. Ich hätte sterben müssen, entschuldigt. Ja, wir gehen wieder hoch. Komm, ich mach die Magierflacht. Missionen! Campen! Dengar! 20 Punkte scharfen! Oh klar, watsch! Okay. Okay. Ich geh nicht weiter zurück. Weil du es nicht! Boah, das klingt jetzt sehr schnell farb an. Das ist eine Mission! Ich glaub irgendwann gibt's die Missionen, die brauchen ewig. Wahrscheinlich. Warte! Warte! Wie heißt das? Äh, Tales of Symphonia! Danke! Wir werden nämlich Alice verbinden sich in Tales of Symphonia. Das war das irgendwie eine, äh... Ja, genau! Die, äh... Das ist auch ein ganz... die arrogante Dicke! Die, zu der Dexis gehört! Ja, genau! Oh, Alice! Ich habe dieses stinkende Profil! Und jetzt musst du mich lieben! Äh... Ja, genau, die! Bisschen bin ich heute mal mit dem Namen Alice! Ich kann mich... Alice im Grunde ansatz... Ich trotzte auf einmal nur vor Kraft! Jetzt gibt's Saures! Äh... Geschweigerter Kampfesmut erhöht mögliche Einheiten, bisweil in das Ausführungsbesonderer Trechten in dieses Spezialverkehr machte alle einen positiven Befekt auf aktuelles Kampfbeschillen, variiert jedoch abhängig von der Truppen-Konstellation. Es empfiehlt sich die Einheit, um unterschiedlichen Felder zu verzählen und zahlreichen Kommande mit Aufzug zu führen. Wie, oder? Okay, die letzte Sache mal ein. Nein, nur rum! Protest! Das ist fast 100% Wolle! Wer auch immer sich uns in den Bild stellt! Wunder kann! Auf sie! Yay! Genau! Gute hohe, als für die Truppe! Ach! So, ja! Auf sie mit... ... 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